HALLE! Er ist drin! Ist er drin? Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, 3, 2, 1 Hallo YouTube, was geht es soweit? Es ist nach dem Stream. Ich nehme das Video extra extern auf, weil ich noch erkältet war und das letzte Spiel wollte ich offline spielen. Das ist das entscheidende Spiel. Ich stehe 16, 13 in der Weekend League. Es ist die Frage, ob ich das letzte Spiel schaffe. Und falls euch das ganze gefällt, könnt ihr doch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich freue mich über ein neues Abonnement. Ich bin auf einer kleinen Road to Pro. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich das letzte Spiel spielen werde. Ich bin jetzt schon besser als das letzte Weekend League. Also ich habe 16, 13 habe ich sowieso schon. 17, 13 wäre ein krasser Erfolg, weil ich dann noch Gold 2 komme. Bessere Belohnung für uns. Ich will mein Team noch verbessern, Pelé holen. Es wird noch einiges kommen. Und wenn euch das ganze gefällt, Daumen nach oben, Abo. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit meinen Highlights. Diese aufregenden und es waren wirklich krasse Sachen mit dabei. Dieser Weekend. Was ein scheiß Tor. Fandasa. Wunderbar. Ronaldo. 2-0. Moforga. 1-8-7. Super. Toll. Wirklich toll gemacht. Wunderbar. Rundebar. Und hier auch Aooo. Ja, 3-0. Jaja, komm, 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 komm. Komm, 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 komm yo, komm, 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 komm,ector, High-Store! BAP! Schade. Alter! Warst doch dran, Junge! Ich glaube, ich tritt ein Pferd! BAM! Schwache! Nunu. Findet die Nunu süßer? Ihr seid auch kleine Nunu. Das ist doch scheiße! Das ist doch scheiße! Vanessa! Nein! 4-3! Das kann nicht sein! Chat, Hals, Maul! Ruhe! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Ja, das ist das Tor! Das ist das Tor! Ey, das ist so FIFA-gesteuert! Das ist... Das ist so dumm! Das ist so dumm! Holy Shit! Es passieren Sachen... Es passieren Sachen in FIFA... Es passieren Sachen in FIFA... Das reicht nicht Das reicht nicht noch für einen Angriff Das reicht nicht Es ist Minute um, pfeif ab Pfeif das scheiß Spiel ab Pfeif ab Alter, was war denn das noch für ein knappes Spiel Es ist unglaublich, wie schnell dieser Spieler war Nein, was war denn das Ey, wirklich 60 Minuten solche Spannung und dann so ein Scheiß Häh Pressing Oh, ein Scheiß-Tor, das brauche ich So ein Scheiß-Tor brauche ich Ey, so ein Scheiß Es sind nur noch sieben Minuten, aber ich habe Angst Ich habe richtig übertrieben Angst Ja, es ist klar Es ist wirklich klar Eventuell geht hier noch was Aha Da kann auch einfach sein, dass er mich jetzt 3-2 wegschallert Alter Er war doch dran Mal Pressing rein Eine Minute Nachspielzeit Er ist drin Er ist ja drin Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, klar Mach weiter so Oh Ja, erst Erst für Erst mache ich 4 Siege und dann kriege ich in die Fresse Ja, ganz einfach Es ist auch immer einer da Kommt zwei Tore jetzt schnell hintereinander Anstatt er ihn auf Ronaldo spielt Wir haben 6 Minuten, Chat Wir haben 6 Minuten, Ruhe Kader Holy shit, bro Oh Haha Krölet 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 Oh mein Gott Kann letzter Angriff sein Nein In der 120 In der 120 The fuck What the fuck Oh nee Oh nee Oh nee Oh nee Oh nee Wen hat er denn da Digga Was ist das Immer dieser Eine Schuss Wirklich Es ist immer Derselbe Schuss Immer dieser Gerade Strahl Aus so einem Komischen Winkel Der nervt 3-2 Zäger Das ist so frech 4-3 Boah Spannendes Game Chat Believed Digga Dieser Vati Regt mich so Übertrieben auf Digga Dieser Vati Regt mich so Übertrieben auf 5-4 Er hat den Torwart Falsch verstellt Zweimal Seid ehrlich Kann das sein Chat Kann das sein Oder ist das ein Streamsniper Ja Oh my god Oh mein Gott Alter, Gold 3 Gold 3, here we go Ich bin sehr aufgeregt Das ist ein wichtiges Spiel für mich Und ich hoffe, ihr habt genauso Freude an dem Spiel wie ich Okay Neh mal Mach dir ein bisschen Raum, Junge Ja, Flanke Okay, wen haben wir denn da? Neymar Villar Kröle Will er nicht Wichtig Ein bisschen Tempo Ah, aus Ich bin sehr, sehr aufgeregt tatsächlich Das wäre für mich ein großer Erfolg Trotzdem in den Anspielen, schön Wollte ich nicht Wollte Schusstäuschung machen Ecke Ah Ich weiß nicht, wer hat Oh, ich hab Wichtig, sehr wichtig Ich soll ganz kurz gucken 1-0 Oh Quitte Oh What the fuck Wir haben's Holy shit Gold 2 Here we go Ich hab in der 13 Ich hab in der 13 Minute ein Tor geschossen Äh, mit Bab Es ging einfach rein 17 Siege Gold Rang 2 Holy fucking shit Das ist voller Erfolg Let's fucking go Sehr geil Ich hab in der 13 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 Ich hab in der 13